Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen, ja, für mich starten die Woche, nachdem ich jetzt die letzten zwei Tage krank war. Heute wieder fit genug, um endlich mal wieder ein Video zu drehen. Damit auch von mir einen guten Wochenstart, auch wenn schon die halbe Woche rum ist, aber trotzdem kann man immer wünschen. Momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Ja, wir haben heute früh einen Pump gesehen, beziehungsweise heute Nacht ordentlich nach oben. Short Order wurde endlich abgelöst, beziehungsweise ausgelöst, nachdem wir ja letzte Woche schon immer wieder drüber gesprochen haben. Die 17.000 US-Dollar hätte ich gerne noch, jetzt wurde sie gefischt, deswegen der Short mittlerweile aktiv. Habe auch vorhin noch ein kleines Long-Setup in die Gruppe reingepostet, also wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Kommentaren angepinnt. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und drückt gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Gut, genug Eigenwerbung, wie gesagt, momentan 16.800 US-Dollar. Aber das Setup, was ich jetzt vorhin in die Gruppe gepostet habe, ging eigentlich hauptsächlich um das Golden Pocket. Also von unserer Bewegung bis zum Hoch bei ungefähr 17.070 US-Dollar, runter wäre ungefähr das Golden Pocket bei 16.600 US-Dollar. Gleichzeitig, ihr kennt das Spiel, haben wir hier noch einen Vektor gebildet, einerseits auf dem 4-Stunden-Chart, andererseits auch natürlich auf dem 1-Stunden-Chart. Gleichzeitig liegt hier auch noch das Daily Open. Also ihr seht, da kommt eine Menge, Menge zusammen, deswegen habe ich den Entry auf 16.600 US-Dollar für die Long und für die nächste Impulswelle dahin gesetzt, weil ich glaube, so ein letzter Peak würde dem Bitcoin-Chart noch ganz gut tun. Wir haben ja auch hier, wie ich es in dem letzten Vektor-Candle-Video gesagt habe, übrigens, da kommt auch noch ein Update, entweder diese oder nächste Woche. Mal gucken, wie ich das time, dass wir immer drei Wellen ungefähr haben. Also eine Welle hat man hier, jetzt die zweite. Und wenn wir dann hier runtergehen, hätten wir so die dritte Impulswelle. Und dann könnten wir uns im Endeffekt auch hier unten dann die Vektor-Candles abholen. Wäre zumindest das Ziel, beziehungsweise die Bestimmung von diesen Vektor-Candles. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wie sich das dann noch ausgibt. Aber das wäre jetzt erst einmal der erste Trade. Sollten wir dann hier runterkommen und so einen Entry abholen, würde ich auf jeden Fall den Trade hier oben dann bei ungefähr 17.000 US-Dollar schon zum größten Teil schließen, weil ich dann einfach denke, okay, hier oben könnte der nächste Abverkauf kommen. Weil jeder, der die Videos letzte Woche gesehen hat, kann sich noch daran erinnern, wir haben immer noch einen Vektor ungefähr bei 15.800 US-Dollar. Also da gilt es wirklich weiterhin aufzupassen, dass dieser Vektor eben früher oder später noch geholt wird. Könnte da natürlich auch in ein tieferes Tief ausfallen. Deswegen bereite ich mich dann hier oben auch auf den nächsten Short-Entry vor. Das heißt, ich werde den Entry, den ich hier oben hatte bei den 17.000 US-Dollar, werde ich dann sehr wahrscheinlich auch mit Stop-Loss-Break-Even dann schließen und warten, dass wir hier oben eben die fünfte Welle abschließen und dann schnurstracks nach unten hin gehen. Gut, ja, sonst hat sich eigentlich wenig getan. Wie gesagt, wir haben den Vektor hier, wir hatten jetzt einen schönen impulsiven Move hier nach oben. Zwei Vektors gilt es noch zu füllen oder Vektoren, wie man je nachdem dazu sagt. Und ansonsten hat sich an der Gesamtrange sehr, sehr wenig getan. Was wir nochmal ganz kurz gucken könnten, wäre vielleicht noch der Blick auf den Daily-Chart. Darauf kommt es jetzt nämlich erst einmal an. Also erster Punkt für Daily Bullish Close wäre ungefähr die 16.780 US-Dollar. Das wäre dieses Hoch hier drüben und dieses Hoch hier drüben, das wäre der erste Punkt, der extrem wichtig ist. Aber viel, viel wichtiger, sollten wir diesen Move machen, wäre noch in Richtung 17.200 US-Dollar. Hier oben liegt eben unsere Liquidität, die wir letzte Woche immer mal wieder angesprochen haben. Und sollten wir hier drüber einen Daily Close kriegen, ist es extrem, extrem bullish. Kriegen wir einfach nur wieder ein Wick, so wie wir es die letzten Male hatten, ist es überhaupt nicht bullish. Und die Trendwende, beziehungsweise wieder nach unten hin, ist deutlich, deutlich größer, dass wir eben diese Vektoren abholen. Also darauf kommt es jetzt die nächsten Tage an. Viel hat sich, wie gesagt, nicht getan die letzten Tage, aber das sollten wir weiterhin im Blick behalten. Gleichzeitig lohnt sich der Blick noch auf den Ethereum-Chart. Hier hatten wir ja letzte Woche die erste Short-Order offen, bei ungefähr 1.215 haben wir darüber gesprochen. Alles 75% war geschlossen, hier unten schon bereits haben wir ja die Profite genommen. Deswegen auch hier der Trade mittlerweile draußen. Aber jetzt wird es wieder interessant, wir haben uns nämlich hier oben diese Liquiditätszone geholt, bei ungefähr 1.290 US-Dollar. Haben wir auch mehrmals darüber gesprochen, hier oben liegt noch eine Menge Liquidität. Und blicken wir jetzt mal auf den 1-Stunden-Chart, wird es nämlich sehr, sehr interessant werden. Und zwar haben wir jetzt hier eine enorm hohe Volumen-Candle gesehen, plus Vektor-Candle. Und hier warte ich einfach nur auf den nächsten Short. Nächster Short einfach mit einem höheren Hoch, bei ungefähr, wie gesagt, 1.290 US-Dollar. Und dann ungefähr das Risk bis hier drüben holen, weil hier haben wir noch diese enorme Candle hier, das seht ihr da drüben, bei ungefähr, was haben wir hier oben, 1.310 US-Dollar. Jetzt schauen wir mal an, wie das Risk-Verhältnis ist. Von unserem Entry bis 1.310, naja, sagen wir mal 10, wären ungefähr 1,54%. Können wir sogar noch auf ungefähr, ich sage jetzt mal 3% hoch, also ein Risk von knapp 3% bei einem Stop-Loss von ungefähr 1.330 US-Dollar. Absolut im Rahmen. Wir würden hier über das 0,5er Fibonacci Retracement Level gehen. Also für mich perfekter Short-Entry, sobald wir hier wirklich dieses höhere Hoch gehen. Aber Prämisse, das Volumen darf einfach nicht wieder höher sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen uns nur die Liquidität holen. Heißt, Stunden-Close darf nicht über diesen letzten Hoch sein. Ich möchte hier einen Wig sehen, der abverkauft wird und dann wäre das der perfekte Entry, um hier eben auch diese Trendwende mitzuerleben. Weil auch hier gilt, um mal ganz kurz den Indikator anzumachen, wir haben hier unten noch bei 1090 einen Vektor. Wir haben hier kurzfristig noch einen Vektor und hier zwischen haben wir auch noch einen kleinen Vektor bei 1180. Und ihr glaubt doch nicht, dass die Market Maker, die hier alle ihre Long-Position eröffnet haben, diese sich nicht wieder in einem Short zurückholen. Auch hier können wir nochmal ganz kurz überprüfen, so diese drei Wellen. Wir hatten eine Welle, wir hatten die zweite. Und wenn wir dann eben hier runterkommen, auch in Richtung Daily Open, das wäre dann ungefähr der Bereich, wo wir bei Bitcoin eben gerade gesprochen haben. Wenn wir dieses Retracement ungefähr in den Bereich der 16.300, 16.400 US-Dollar kriegen. Auch hier Daily Open, Retest, dann eben diese fünfte. Ich habe keinen Plan, ob das nach Elliott Wellen genauso stimmt. Aber eben diese fünfte Welle, beziehungsweise die dritte nach Vektor-Candles, würde dann sehr, sehr gut darüber übereinstimmen, sage ich jetzt einfach mal. Also heißt, BTC kurzfristig Dump, dann eben diese nächste Welle genauso bei Ethereum und dann eben die Shorts nach unten hin mitnehmen. Gut, dann läuft ja auch noch unser XRP Long, der schon sehr, sehr lange offen ist. Auch hier wenig Änderungen, würde ich einfach nur mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Wie gesagt, Abtrend wieder sehr, sehr schön getestet. Wir sind weiterhin seit hier unten ungefähr bei 0,35 US-Dollar Cent Long. Also auch hier wenig Änderungen, sieht weiterhin sehr, sehr bullisch aus für mich, um zumindest hier oben diese Ineffizienzen bei ungefähr 0,43 und 0,42,50 anzugucken. Um da nochmal einen kleinen Einschub reinzumachen. Ihr habt ja letzten Sonntag, habe ich ja am 1. Advent diesen kleinen Beginnerguide hochgeladen. Es wird diesen Sonntag den zweiten Teil geben, Thema Mindset, was meines Erachtens für das Trading noch mehr wichtiger ist. als teilweise die Strategien, also Mindset. Und die Woche drauf werden wir uns dann die ersten Strategien, damit ihr auch mal einen Umfang kriegt, beziehungsweise so einen Ausblick, wie ich hier im Endeffekt rangehe an diese Ineffizienzen, an ganzen Chartpattern und so. Das werden wir uns alles die nächsten Wochen angucken. Also schaut da gerne vorbei, wer oder wen das Thema Trading interessiert. Würde ich mich riesig darüber freuen, auch ein Feedback darunter zu sehen. Gut, ansonsten, Chilis lohnt sich nochmal so ein kleiner Blick momentan. Auch hier weiterhin deutlich der Downtrend. Entry mittlerweile, also ich bin hier mittlerweile auch in einem kleinen Login drin, aber es hat sich wenig getan. Auch hier dieser ganze WM-Hype hat deutlich nachgelassen. Tun sich auch momentan sonst an sich keine riesigen, sage ich mal, Einstiege ein. Man sieht es hier auf jeden Fall, der Downtrend ist auf jeden Fall noch intakt. Vom Volumen her klingt sogar eher, dass wir uns hier unten nochmal die Liquidität bei ungefähr 0,1590 holen. Danach könnte wirklich so ein kleiner Swing-Trade ins Auge gefasst werden und natürlich Litecoin weiterhin im Blick. Hier warte ich weiterhin auf ungefähr 83,50 auf eben auch hier dieses höhere Hoch, um die Liquidität abzugreifen und dann einen schönen Short bis möglicherweise sogar bis 64 US-Dollar mit nach unten hin mitzunehmen. Gut, das war es dann. So jetzt glaube ich von meiner Seite. Mehr Trades habe ich momentan auch nicht laufen, beziehungsweise noch nicht im Blick. Lasst doch gerne unten mal in den Kommentaren wissen, welche Altkont sich die Woche noch anschauen soll, beziehungsweise morgen dann auch natürlich um 19 Uhr im Livestream, wenn euch das interessiert. Außerdem heute Abend um 19.30 Uhr spricht noch der FED-Vorsitzende Powell. Das könnte nochmal ordentlich Bewegung mit reinbringen, vielleicht sogar dann unseren Entry abholen, wenn das positiv ist, natürlich bis hoch zu 17,2. Müssen wir aber schauen, auf jeden Fall da nicht unbedingt in irgendwelchen Trades wieder reingehen um die Uhrzeit, genau 50-50 Chance, je nachdem, was wir hören. Gut, dann noch zu den News, warum Bitcoin die ultimative Technologie zur Vermögenserhaltung ist. Ja, man weiß es, deflationär etc. pp. Okay, lest euch den Artikel gerne durch, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise der Link zur Kryptoguru, nicht zur News, aber zur Kryptogurus-Seite. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Morgen, wie gesagt, startet dann der Adventskalender auf TikTok, Instagram und YouTube. Das heißt, es wird auf allen drei Plattformen Shorts geben, also Kurzvideos zu Chartpattern, zu Vektoren etc. Die nächsten 24 Tage an Nikolaus und wie gesagt, an den Adventssonntagen gibt es dann nochmal extra Videos. Das heißt, ihr werdet jetzt die nächsten 24 Tage zugeballert von Videos von mir, aber ansonsten würde ich mir wünschen, wenn ihr da auch gerne ein Like da lasst und es natürlich kommentiert. Und das war es von meiner Seite, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, stay crypto und lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Ciao